Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent Marco, unser Experte für Militärfragen, Verteidigung, Sicherheit in Berlin. Hallo. Ja, hallo aus Berlin. Wo sind wir da? Irgend in Berlin-Mitte. Ein regnerisch war ein relativ kühler Sommertag in Berlin. Und wir steigen aus der U-Bahn-Station in der Schwarzkopfstraße aus und landen im Endeffekt dort, wo früher mal die innerdeutsche Grenze war. Also die Grenze zwischen Westdeutschland und der DDR. Und dort befindet sich heute ein großer Betonklotz. Das ist der Neubau des Deutschen Bundesnachrichtendienstes. Den läuft man entlang und am Ende kommt man dann zu einem Gebäudekomplex. Das Gebäude, das früher mal der DDR-Volkspolizei gehörte. Heute sind das keine Polizeiuniformen mehr, die man da sieht, sondern das sind Militäruniformen. Denn wir sind hier im Militärkrankenhaus der Bundeswehr Berlin. Okay. Was machst du da genau? Ja, ich möchte dort heute einen Patienten besuchen. Und es handelt sich nicht um einen deutschen Patienten, sondern es handelt sich um einen kriegsversehrten ukrainischen Soldaten. Sein Name ist Sergej Kravchenko. Ja, und hier am Bundeswehrkrankenhaus Berlin versuchen nun die Militärärzte, diesen Mann zu retten. Schon zwölfmal wurde der Soldat Sergej Kravchenko operiert. Zuerst in der Ukraine und dann von deutschen Spezialisten. Er ist einer von mehreren tausend kriegsverletzten Ukrainern, die das Privileg haben, in EU-Staaten behandelt zu werden. Marko Seliger erzählt seine Geschichte. Ich bin Marlene Nöhler. Marco, du besuchst also Sergej, einen schwer verletzten ukrainischen Soldaten, in einem Berliner Krankenhaus. Ja, genau. Ich besuche ihn gemeinsam mit einem seiner behandelnden Ärzte, der glücklicherweise russisch kann und somit auch als Dolmetscher fungieren kann. Und ich besuche ihn gemeinsam mit diesem Arzt in seinem Zimmer, komme da rein und da sitzt auf dem Krankenbett am Fenster. Ein junger Mann im Schneidersitz, kurzgeschorene Haare, wie man das kennt von Soldaten, blaues T-Shirt und so eine kurze knielange Hose, auf der Deutschland steht. Also mutet eigentlich alles ziemlich freizeitmäßig an und dann stößt man aber auf jemanden, dem halt so Schläuche aus dem Hals ragen, die dann mit Ventilen verschlossen sind. Also das sind das Infusionen, Schmerzmittel oder so etwas? Genau, also die sind dazu da, dass dieser Mann versorgt werden kann mit Infusionen und Schmerzmitteln, vielleicht auch sogar mit Narkosemitteln. Und dieses blaue T-Shirt von ihm ist an seinem rechten Arm auch so ausgeschnitten, also ausgefranst, weil da ragt ein Metallgestell hervor, fast schon wie bei so einer Art Roboter, hätte ich fast gesagt. Das ist also eine Vorrichtung, die dazu da ist, Knochen und Gewebe zusammenzuhalten, denn dieser Mann hatte eine ganz schwere Schulterverletzung davon getragen. Und wie ist das passiert, weißt du das? Das hat er mir erzählt, er hat sich sehr intensiv, emotional auch daran erinnert. Er weiß noch genau, es war der 13. Dezember 2022 und er war in einem Schützengraben in einem Dorf in der Nähe von Bachmut. Er erzählte mir, dass sie in Verteidigungsstellung waren an einem kleinen Staudamm. Bachmut, das ist diese Stadt in der Ostukraine, im Donbass-Gebiet, die über Monate heftigst umkämpft war zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Und Sergej war bereits zwei Monate dort im Einsatz. Das war relativ merkwürdig, weil er ist eigentlich Angehöriger einer Aufklärungseinheit. Er erzählte mir, ein Aufklärer ist eher dazu da, dass er Stellungen des Gegners erkundet und sich dann wieder zurückzieht, aber nicht monatelang in Gräben ausharrt. Und das lag daran, dass Bachmut von den Russen über Monate schwer belagert wurde. Die Russen wollten diese Stadt unbedingt einnehmen. Sie hatte hohen symbolischen Wert. Und die Ukrainer haben wiederum Bachmut verbissen verteidigt. Die Russen haben in dieser Schlacht vor allem Söldner der Wagner-Gruppe eingesetzt, die Welle um Welle über Wochen und Monate angerannt sind und ihre Soldaten quasi wie Kanonenfutter verheizt haben. Bei diesem permanenten Druck auf diese Stadt Bachmut, da muss der Aufklärungssoldat Sergej quasi unvorhergesehen in den Schützengraben. Es ist, der Einsatz von Sergej in einem Schützengraben ist jedenfalls nicht das, wofür ein Aufklärer in der Regel da ist. Aber den Ukrainern ging es darum, diese Stadt zu verteidigen und sie mussten alle Soldaten einsetzen, die verfügbar waren und Sergej gehörte dazu. Und so war er dann halt in einem Schützengraben und hatte die Aufgabe eben auch, einen Granatgeschütz, einen Granatwerfer zu bedienen. Und in einem solchen Moment, also als er eine Granate abschießen wollte, musste er seinen Oberkörper aus dem Graben heben. Und in dem Moment wurde er getroffen und zwar von drei Kugeln. Eine durchlug quasi sein Handgelenk, eine seinen Bizeps und die dritte Kugel traf halt seine rechte Schulter und riss ihm quasi die halbe Schulter und große Teile des Knochens weg. Das Letzte, was er wusste, ist, er ist getroffen worden und dann ist er ohnmächtig in den Graben gesunken und wachte aus dem Koma auf in einem Krankenhaus in Niebbrunn. Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch Also Marco, Sergej liegt schwer verletzt im Schützengraben, ohnmächtig und wacht dann in einem ukrainischen Krankenhaus wieder auf. Du hast aber vorhin erzählt, man behandle ihn in Berlin. Wie kam es denn dazu? Ja, tatsächlich ist er also in eines der näher gelegenen Krankenhäuser gebracht worden, in dem Fall in Dnipro, wo er zunächst notoperiert wurde. Und dann hat man ihn von Dnipro ins Spital nach Kiew verlegt. Also möglichst weit weg von der Front oder vom Kriegsgeschehen. Weit weg von der Front, genau. Aber dort in Kiew kommen die Ärzte dann auch zu dem Schluss, dass sie den Arm nicht retten können. Sie müssten also amputieren, aber vielleicht schaffen es deutsche Spezialisten. Und deswegen wird er mit einem Krankenwagen nach Polen gefahren und von dort nach Berlin geflogen. Man muss einfach wissen, dass die Ukraine inzwischen wirklich sehr viele schwer verletzte Soldaten hat. Die New York Times hat gerade aktuell berichtet, dass in diesem Krieg nach amerikanischen Schätzungen 500.000 Soldaten auf beiden Seiten getötet oder verletzt wurden. Und davon 120.000 verwundete Ukrainer. 120.000 teilweise schwer verletzte Soldaten. Damit wäre jedes Gesundheitssystem überfordert. Und deswegen werden eben viele Soldaten mit langwierigen und sehr schweren Verletzungen als Hilfsleistung in EU-Ländern behandelt. Und Sergei gehörte halt zu denjenigen, die dieses Glück hatten oder haben, in einem Krankenhaus in einem EU-Land behandelt zu werden. Also das heisst, nur die schlimmsten, komplexesten Fälle, die kommen in europäische Spitäler? Ja, weil es handelt sich da um Soldaten oder Patienten, die vielfach eben auch Intensivbetten belegen. Und das über mehrere Monate. Das können die Ukrainer nicht leisten. Die brauchen diese Betten. Und deswegen gibt es eben diese Bereitschaft der EU-Staaten, den Ukrainern bei der Versorgung ihrer Schwerverletzten zu helfen. Da gibt es sozusagen eine Art EU-Mission. Die gibt es seit vergangenem September. Und bis Juni, Anfang Juli dieses Jahres, sind über 2000 Patienten in europäischen, in EU-Staaten behandelt worden. Nach einem speziellen Verteilschlüssel. Und darunter sind auch 750 nach Deutschland gekommen, die dann hier auch innerhalb Deutschlands auf die verschiedensten Krankenhäuser verteilt wurden. Einer von Ihnen ist eben Sergei, der jetzt in Berlin liegt. Genau, weil dieses Bundeswehrkrankenhaus in Berlin ist spezialisiert darauf, sehr komplizierte Verletzungen von Extremitäten, Knochen und Weichteilen zu behandeln. Und die Militärärzte haben sich Sergei angeschaut und haben also entschieden, dass seine sehr schwer verletzte Schulter für sie tatsächlich rekonstruierbar ist. Das heisst also, eine Amputation nicht notwendig ist, sondern sie sind in der Lage, diese Schulter zu rekonstruieren. Okay. Also das heisst, Sergei wurde mehrfach operiert in diesem Berliner Militärspital. Ist sein Arm gerettet? Und wie geht es ihm denn jetzt? Es ist ihm jedenfalls gelungen, die Entzündung in den Griff zu kriegen. Und deswegen ist der Arm auch sozusagen erstmal gerettet. Und jetzt geht es darum, diesen Arm zu rekonstruieren. Die sind damit schon sehr, sehr weit vorangekommen, als ich Sergei besucht habe. Dabei hat er mit den Fingern seiner rechten Hand auf seinem Handy gewischt. Das heisst, er konnte diese Hand bewegen und er konnte diese Finger sozusagen bedienen. Und der behandelnde Chefarzt sagte damals zu mir, das sei ein wirkliches Wunder, dass der Mann das kann. Denn in Anbetracht der Schwere der Verletzungen sei das im Grunde nicht zu erwarten gewesen. Und dieser Arzt kennt sich wirklich aus mit Kriegsverletzungen. Denn der war selbst schon mehrfach in Afghanistan und in anderen Einsatzgebieten der Bundeswehr. Der hat also wirklich auch Kriegsverletzungen gesehen. Das heisst also, der kennt sich wirklich aus. Der weiss, was er sagt. Also Sergei hatte also Glück, von diesem Spezialisten operiert zu werden. Seine Schulter wurde aufwendigst in zig Operationen rekonstruiert, mit Erfolg, offenbar, wie du beschrieben hast. Wenn er bereits über das Smartphone swipen kann. Marco, wer kommt eigentlich auf für all die Kosten, die damit verbunden sind? Also tatsächlich ist das eine wirklich nicht zu verachtende humanitäre Arbeit und Hilfsleistung, die Europa, die europäischen Staaten oder auch Deutschland hier leisten für die Ukraine. Die ukrainischen Verwundeten in Deutschland bekommen einen Asylstatus. Das heisst dann, die Behandlung läuft über die ganz normale Krankenversicherung für diese Soldaten, für die deutsche Krankenversicherung. Wie hoch die genauen Kosten sind, das wird von den deutschen Behörden nicht gesagt. Aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese Leistungen auch für die Militärärzte zumindest auch eine Erweiterung ihrer Erfahrungen bei der Behandlung von schweren Kriegsverletzungen sind. Denn solche Verwundungen, wie Sie jetzt bei ukrainischen Soldaten sehen, haben Sie das letzte Mal während des Afghanistan-Krieges bei Bundeswehrsoldaten gesehen, aber schon längere Zeit nicht mehr. Insofern dient also die Behandlung ukrainischer Soldaten auch als Training für deutsche Ärzte. Aber für Sergej ist es ein riesiges Privileg, ein Glück hast du vorhin gesagt, dass er diese Behandlung durch Spezialisten bekommt, weit weg vom Kriegsgeschehen. Und jetzt, wie geht es weiter mit Sergej? Also man kann zwischen einzelnen Operationen, wo es man bestimmte Zeit lassen und der Wiederaufbau von Gewebe und von Knochen noch mag, braucht Zeit. Als ich dort war, hat man mir gesagt, dass er in den nächsten Tagen wieder operiert werden soll. Also jetzt demnächst. Und es werden sicherlich noch weitere Operationen folgen. Aber das sagten mir die Ärzte, eine Amputation steht nicht mehr im Raum. Also darum muss er sich nicht mehr sorgen. Sondern es geht jetzt darum, das zerstörte Schultergelenk so weit wiederherzustellen, dass er den Arm wieder auch bewegen kann. Also nicht nur die Finger, sondern auch den Arm richtig bewegen kann. Aber wie weit das gelingen wird, ob er jemals wieder mehr tun kann, als mit den Fingern über das Handy zu wischen, das kann natürlich niemand sagen. Das ist unklar. Aber er, Sergej, sagt auf meine Frage hin, Was tust du denn, wenn du dieses Spital hier in Berlin wieder verlassen kannst? Ganz klar und wie aus der Kanone geschossen. Ich will zurück an die Front. Okay. Wie erklärst du dir das? Dass er zurück will in den Krieg nach all dem? Ja, er ist nicht der einzige ukrainische Soldat, der so denkt. Es gibt an der Front unzählige Soldaten, die schwere Verletzungen davongetragen haben und die wieder kämpfen. Es gibt Bilder von Soldaten beispielsweise ohne Hand, die eine Waffe in dem Arm sozusagen halten und dann eben nur mit einer Hand bedienen können. Ich denke, das ist bei Sergej wie bei vielen Soldaten, die dann sagen, sie haben ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kameraden, während sie im Krankenhaus liegen und sozusagen genesen, sind die Kameraden an der Front, bleiben dort, kämpfen dort, sterben dort. Das ist ganz klar. Ich kann meine Kameraden nicht alleine lassen. Das ist das Denken auch von vielen verwundeten und verletzten ukrainischen Soldaten. Und Sergej sagte mir, da geht es für ihn darum, sein Land zu verteidigen, die Angreifer zu vertreiben. Er sagt, wir kämpfen bis zum Tod. Lieber Marco, du lässt mich nachdenklich zurück. Ich danke dir vielmals, dass du uns die Geschichte von Sergej erzählt hast. Sehr gern, liebe Marlene. Die begrüsse nach Berlin. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020